Los geht es mit einer neuen Serie in Forza Horizon 5, mittlerweile schon Serie 16 im Spiel und wie immer starten wir hier mit der Regensaison, also der Sommersaison in Mexiko und das ist natürlich auch verbunden mit einem neuen Fahrzeug. Doch zunächst einmal schauen wir hier auf den Serienfortschritt, denn auch hier gibt es ein brandneues Fahrzeug für das Forza Franchise und zwar bei 80 Punkten. Da gibt es nämlich den MG6 X-Power. Ja, das heißt also, wer jetzt schon mal einiges in dieser Woche vorarbeitet, kann den Wagen bereits in der nächsten Woche, also im Herbst, dann fahren. Alle anderen, die vielleicht nur die 20 Punkte gerade so freischalten, werden ihn dann erst am Serienende freischalten können. Abgesehen davon gibt es bei 160 Punkten den Hunicron V2 und ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen in ein trauriges Licht gerückt worden, denn wie die meisten von euch wissen, ist ja erst Ken Block vor wenigen Tagen verstorben bei einem Schneemobilunfall und in dem Zusammenhang ist natürlich jetzt hier der geplante Inhalt der Hunicron V2 für viele sicherlich auch ein trauriges Event, aber vielleicht auch eben nochmal eine Erinnerung an diesen großartigen Rallye-Fahrer, insbesondere vor allem Entertainer, der uns mit Gymkhana-Videos über viele, viele Jahre begeistert hat und sicherlich auch viele Fans überhaupt erst vom Driften in der Art überzeugt hat. Und ja, von daher, ich will jetzt nicht zu viele Worte über diesen tragischen Verlust verlieren, aber ich denke, der Hunicron V2 steht für viele schließlich auch jetzt nochmal in einem anderen Licht da, als es vorher der Fall gewesen wäre. Ja, lasst uns also hier mal auf den Sommer schauen. Da gibt es auch ein neues Fahrzeug, allerdings nicht ganz neu, sondern nur für Horizon 5, den Renault Megane RS 250. Schauen wir also mal auf die ersten fünf Punkte, die wir freischalten können für die Festivalspielliste und da brauchen wir eines der Cover-Fahrzeuge für Horizon 5, den Ford Bronco. Mit dem müssen wir zunächst einmal auf die Straße fahren und als erste richtige Aufgabe dann den Baja California-Pfad in diesem Fahrzeug gewinnen. Anschließend, und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn ich glaube, eine solche Aufgabe gab es in der Vergangenheit schon mal und die führt ein bisschen in die Irre von der Beschreibung, gewinne jede Querfett-Einveranstaltung. Man muss also nicht nochmal alle fahren, sondern soweit ich weiß, war es in der Vergangenheit so, man musste bereits alle Querfett-Einveranstaltungen mal gewonnen haben und dann nur eine mit dem Ford Bronco in diesem Fall jetzt hier nochmal gewinnen, damit das hier zählt. Das gleiche dann nochmal bei den Wegbereitern, also alle Wegbereiter mussten bereits absolviert sein mit drei Sternen, dann reicht es mit dem Ford Bronco, einen einzigen Wegbereiter mit drei Sternen zu absolvieren und im Prinzip hat man dann auch hier diese Aufgabe absolviert. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, es ist schon eine Weile her, dass ich mich an so eine Formulierung hier erinnern kann, aber ich habe aus zeitlichen Gründen den Ford Saturn tatsächlich selbst heute noch nicht erledigt. Ja, egal, also als nächstes gibt es dann noch die täglichen Ford Saturn-Herausforderungen, auch die sind größtenteils im Zeichen von Ford geprägt, aber es gibt auch einige, die mit Ford nichts zu tun haben. Wie immer schalten wir die ersten im Lauf der Woche nach und nach frei. Für jede absolvierte Aufgabe gibt es dann wieder einen Punkt und 20 Ford Saturn-Punkte. Schauen wir daher mal als nächstes in den Ford Saturn-Shop, wo wir unsere Punkte auch wieder loswerden, zumindest wenn es hier vernünftige Angebote gäbe. Aber diese Woche gibt es hier nur den Hunigen RS 200 für 400 Ford Saturn-Punkte und den Ford Mustang Boss 302 für 300 Ford Saturn-Punkte. Abgesehen davon gibt es aber noch eine Hupe freizuschalten und die USA-Rennerhandschuhe, die ja auch zum Motto Ford passen. Das sind immerhin exklusive Inhalte, die man entweder in Wheelspins gewinnt oder eben hier im Ford Saturn-Shop kaufen kann. Wer also noch etwas braucht, kann in dieser Woche zuschlagen. Weiter geht es mit der wöchentlichen Prüfung. Die nennt sich Zeitreise und hier müssen wir, um den Ford Mustang RTR Spec 5 freizuschalten und weitere 10 Punkte übrigens, in einem Ford Retro Muscle Car der Klasse C bis maximal 600 antreten. Schauen wir mal ganz kurz rein, welche Fahrzeuge aktuell schon dazu zählen. Also ihr seht, wenn ihr hier nach Retro Muscle Cars filtert und dann auch bei der Marke Ford anseht, sind schon mal hier zwei Fahrzeuge in der C-Klasse. Natürlich gingen auch alle anderen, die man in die C-Klasse tunen kann. Wie immer gilt es, hier gemeinsam die unschlagbaren Driver-Tage zu schlagen und das Ganze findet in der Straßenrennserie statt. Als nächstes gibt es eine Eventlab-Veranstaltung für ein grünes Pinata-Outfit und drei weitere Punkte. Aber ich kann euch die Eventlab-Veranstaltung auch wirklich ans Herz legen. Die ist echt schön gestaltet. Ist so eine geschlossene Rennstrecke mit ein paar Schikanen drin, aber der Ersteller hat sich hier echt was Tolles einfallen lassen. Also ich finde, die Strecke macht wirklich Laune. Abgesehen davon gibt es dann zwei saisonale PR-Stands, auf die wir schauen. Zum einen einen Blitzer und eine Blitzer-Zone. Beides muss diese Woche mit einem Ford vor 1970, also vor dem Baujahr 1970, erledigt werden. Und zwar in der B-Klasse bis maximal 700. Ich habe beides hier mit dem Ford Mustang Boss 302 aus 1969 gemacht. Wir sehen, dafür sind die Herausforderungsgeschwindigkeiten aber auch nicht allzu hoch. Etwas weniger als die zwei Sterne. 209,2 kmh hier beim Blitzer. Und als nächstes bei der Blitzer-Zone Riviera Maya für einen Super-Wheelspin und weitere zwei Punkte. Und natürlich das auch wahlweise im selben Fahrzeug, müssen wir ebenfalls um die zwei Sterne erreichen. Ihr seht, die Geschwindigkeit ist 160,9 kmh hier als Ziel. Ich habe hier übrigens von Osten angefangen. Ich denke, es sollte aber genauso gut auch von Westen aus machbar sein. Als nächstes gibt es drei saisonale Meisterschaften, die auf uns warten. Wir starten mal mit der Saisonmeisterschaft Mitternachts-Duell. Das ist eine Straßenszene-Veranstaltung, bei der wir den Ford Falcon aus 2015 freischalten können. Neben fünf Punkten für die Festival-Spielliste. Wir müssen natürlich in einem Ford antreten und zwar einem modernen Muscle Car Ford. Das Ganze in der A-Klasse bis maximal 800. Darunter gibt es die Saisonmeisterschaft Spiel auf Zeit. Die findet dann in der Dirt-Renn-Serie statt. Hier müssen wir mit einem Allrad-Ford der A-Klasse antreten, um den Nummer 5 Escort aus 1977, das ist der Mark II, freizuschalten. Und zuletzt gibt es noch die Meisterschaft Pfadfinder, ebenfalls eine Dirt-Veranstaltung, wo wir den Ford Capri Mark I bekommen. Und weitere fünf Punkte, hier müssen wir in einem Classic-Rally-Fahrzeug der B-Klasse antreten, ebenfalls von der Marke Ford. Fahren wir also fort, was ein Witz in dieser Woche, mit der Photo-Challenge und die trägt den Hashtag Ford Zaton. Fotografiere den 1965er Ford Transit in De Otromundo. Ja, der Ort ist bisher selten aufgetaucht und von daher zeige ich ihn nochmal hier auf der Karte. Gemeint ist hier also ganz westlich am Kartenrand einer dieser beiden Felder. Und dort müsst ihr im Prinzip den Ford Transit möglichst mit Blick auf das Feld fotografieren. Dann zählt auf jeden Fall auch hier das Ganze als erledigt. Ihr bekommt zwei Punkte und die Autohupe Eiswagen. Die Fortsetzung, ha, jetzt habe ich den zweiten rausgehauen, kommt dann bei Horizon Open. Da kriegen wir nämlich die Aufgabe, wir müssen eine individuelle Horizon Open Rennveranstaltung in einem beliebigen Ford abschließen. Dann gibt es den grünen XS-Rennanzug und zwei weitere Punkte. Zuletzt gibt es noch eine, wie ich finde, sehr coole Aufgabe und zwar wieder mal Sammelobjekte zerstören. Da können wir nämlich hier 50 schwebende Lampions in den Dunas Blancas zerstören. Dafür gibt es einen Song freigeschaltet von Kino, Nocturne und drei weitere Punkte. Dann gibt es natürlich auch diesen Monat wieder zwei Monatsrivalen. Eine davon mit einem klassischen Verbrenner von Ford und dann eine mit einem Elektrofahrzeug, dem Ford Mustang Mach-E. Ja, beide Strecken bringen euch jeweils vier Punkte, gerechnet auf die gesamte Serie. Also die vier Punkte verteilen sich über die ganzen Wochen. Natürlich muss man diese Aufgaben noch nicht diese Woche machen. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit gehabt, hier jeweils eine Zeit zu setzen. Das mache ich also nächste Woche. Wer aber jetzt schon mal Lust hat, Gas zu geben und ein paar saubere Runden abzulegen, ja, den kann ich mir dann später als Geist schnappen und versuchen zu schlagen. Schauen wir also mal, wer nächste Woche wo steht. Dann können wir ja so ein bisschen vergleichen, wer vielleicht schon hier die unschlagbare Zeit gesetzt hat. Also jetzt schon mal ein paar Runden fahren, wenn ihr Lust darauf habt. Ansonsten gibt es zum Schluss noch zwei Veranstaltungen bei der Hot Wheels Erweiterung. Da gibt es zwei Punkte und einen Super Wheelspin für die Blitzerzone Baumkronen. Und dann gibt es noch bei der Saisonmeisterschaft Tempo Best hier, den Ford Mustang. Das ist der SVR aus 2000, den wir hier noch freischalten können, neben weiteren fünf Punkten für die Spielliste. Schauen wir zuletzt noch auf unser neues Fahrzeug in dieser Woche, zumindest für Horizon 5. Denn einige von euch kennen natürlich den Renault Megane RS aus 2010 schon aus den Vorgängerteilen. Was wir sehen, das ist die zweite Megane RS Generation, aber die dritte Megane Generation. Also es fing erst quasi zeitversetzt mit der zweiten Megane Generation an, dass es den ersten RS dann gab. Was wir jetzt hier sehen, ist die Ursprungsvariante dieses zweiten Generationsmodells des RS aus 2010, also vor dem Facelift. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich der Wagen nie so wirklich gecatcht. Also er war für mich einfach zu rund gewesen, zu viel Wolf im Schafspelz, also zu wenig aggressive Optik, die eigentlich dem Modell echt gut stehen würde. Wir sehen es ja beim aktuellen RS in der dritten Generation. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, hat hier die Vor-Faced-Variante vor allem noch viele Punkte liegen lassen, was das Design angeht. Aber leistungstechnisch, da kann man sich nicht wirklich drüber streiten. 6,1 Sekunde auf 100, 245 kmh Spitze, Brembo-Bremsen, 6-Gang-Handschaltung, Frontantrieb, wie man das beim Renault Megane RS ja auch irgendwie gewohnt ist. Ja, und das Ganze gekoppelt an einen Preis von knapp 27.000 Euro. Also der war damals eigentlich gar nicht teuer gewesen. So gesehen trotzdem natürlich ein gutes Gesamtpaket. Wie immer zum Abschluss eines Forza-Wochen-Videos schauen wir nochmal in das Auktionshaus. Und dort gibt es auch ein Fahrzeug, das ihr jetzt exklusiv in dieser Woche freischalten könnt und dann hier verkaufen. Und zwar den Ford F5 Dually Custom Hot Rod von Hot Wheels. Ja, wer das Fahrzeug hier also schon mal besitzt und vielleicht nicht ein zweites Mal behalten möchte, kann den Wagen für maximal 2,5 Millionen im Auktionshaus für den Sofortkaufpreis aktuell einstellen. Allerdings seht ihr, stehen dann auch die Angebote bis zur letzten Minute da. Ich denke auch nicht alle werden verkauft, also realistisch dürfte wahrscheinlich eher ein Preis unter 2 Millionen sein. Probiert es einfach mal aus, aber zumindest lässt sich der Wagen noch einigermaßen vernünftig in Credits verwandeln. Und damit sind auch wir wieder am Ende eines Forza-Wochen-Videos angelangt. Ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Zuschauen und natürlich hoffe ich, du hast dem Video ein Däumchen nach oben dagelassen und vor allem den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Freischalten und Zocken. Bis dahin, mach's gut. Ciao.